Hallihallo Für mich ist wieder eine Warum Nicht viel passiert Deswegen war ich schon völlig raus Wir haben noch neulich gezählt Wenn wir für die Main Base Die Drehmaschine wollen, brauchen wir 6 Und die Updates für die Solardinger oben drauf brauchen wir nochmal 3 Dann brauchen wir jetzt 9 Dann brauchen wir für jedes 10 18 18 18 19 19 20 19 20 20 20 19 das ist das das ist doch der gut kurz vor morgen kommen zu einer rums gemacht das ist aber ein Fluchzeug abgestürzt, aber ich habe es nicht gesehen ok, brauchen wir eine Masse nicht doch, ne hatte ich noch nicht, verflucht dachte ich hätte vorgearbeitet, aber das habe ich wahrscheinlich in der letzten Folge alles verbraucht verdammt genau da oben die Jungs, die machen wir jetzt nochmal weg und hier gehen wir auf die Nüsse, die sind auch gespawnt Vierchen, sehr schön ich habe hier schon gerannt ich habe hier schon gerannt au natürlich machen wir da noch Bluterei so, der eine ist hier gestern habe ich auch schon 2 Jahre bestand ich habe sie gelootet so aus der Ferne gesehen noch ein Bär wenn der Bär da jetzt hin hüpfelt sind sie Matsch plötzlich höre ich Schüsse habe ich hingeflitzt und sehe ich wie der Bär sie sich schnappt und umher schleudert war cool hatte ich so noch nicht gesehen hatte ich so noch nicht gesehen war da drüben gewesen hat er kurz einen Prozess gemacht schlaube äh, Boden eingesaut glaubst du es denn das ist noch das kommt alles hinter das kommt alles hinter das kommt alles hinter das können wir gleich nochmal feiern das können wir gleich nochmal feiern sieht es doch immer noch ganz gut aus gut jetzt wollen wir gleich ganz früh los kacke da hab ich hier was gebaut kräftig gefarmt sehr schön so ich wollte jetzt genau noch ein bisschen bauen dann nochmal los oh also zwei Perlen brauchen wir noch ach ne gott hab ich hier alles aufgebraucht also zuck 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 hier switchen wir oben da drauf dass der was durchgeleiert das aber dabei guckt genau weil ich will mal hier hier in den Bogen laufen deswegen bei uns mal Leute nicht hinten halt nicht unten dann kommt klar und wenn ist Farben wollte ich jetzt echt nicht, wollte mal eine spannende Runde zum Gucken, wenn schon das Holz eng ist, bringt uns das ja auch keine Punkte. Das macht irgendwo mal Sinn, dann auf müssen wir. Eisen haben wir so viel. Genau, hier haben wir am Zaun lang, da kriegt man nicht alles weg, genau. Muss ich mal irgendwo eine zweite Runde machen. Mal ein, zwei da drinnen langlaufen. Dachte jetzt, wir haben die Kiste gesehen. Wie beim Puzzle erstmal den Rand. Hä, hätte ja klappen können. Wie beim Puzzle. 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 Honig hat man auch lange nicht mehr. Ah, sind schon durch, was ist denn? Die Küste nehmen wir mit. Das ist keine Wildsau, das ist ein Bär. Da vorne ist es. Federn vor Ort bis den Aufstopp. Das sind ziemlich reichliche Ätze hier. Der Kutsch. Per Kist, Kiste. So viel Loot. Oh, wo wurde er? Ja. Hier gibt es nur die Kiste gesehen. Genau beim Pernisschwarz. Da hat es Puff gemacht. Oh, hallo. Ein Stück in die Richtung. Okay. Ja, wo ich jetzt feiert. Laufen wir hier mal durch. Ach shit. Oh, zu hektisch. Jetzt schon wieder. Die Kiste hat entschieden. Da. Oh, fette Beute. Da. 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 diese richtung ganz gut aus 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18. Nö, kein Kopfschuss. Klappt einfach nicht. Wo ist es hin? Ach da. Wenn jetzt der Adler kommt und das Reh weg holt, flippe ich aus. Ha. Verflucht. Blödes Reh. Bei den zwei Steinen. Oh Gott, wo sonst viel Zeug ist. Nur am Balken orientiert. Ha. Ja. 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 Den Flatschen haben wir schon mal weg, sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen überall. Gibt es euch fünffach. Oh, wir haben es gleich. Perfekto. Da drüben. Hier muss jetzt eine Tasche, deswegen bin ich hier zurück. Ein Pfeil. Das ist ein bisschen schön, wo ich mir noch gucken muss. Vielen Dank. Nichts zu sehen. Auf dem Wasser kann das eigentlich nichts passieren, oder? Okay. Das so runter geht. Geht gerade weg. Vorne in der Farbe wurde mal rausgeflippt. An dauernd den Dimmel geguckt. Oh, Katzenhaar. Unter dem Sensor von der Maus. Mit der lieben kleinen Pistols. Lohderhausen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Dach nach der Hälfte. Dach nach der Hälfte. Da wieder was schimmern sehen. Und dann noch eine. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann schwimmen wir heim. Wir sind glücklich und zufrieden. Wir sind glücklich und zufrieden. Die machen wir jetzt auch noch. Wir sind glücklich und zufrieden. 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 Scheinbar nicht. So, haben wir sogar noch mal Bäume gefehlt. Alle Doppi. Ah ja, genau. Was mache ich damit? Die Perlen waren gleich am Mann. Okay. 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 Das ist doch super. Ich glaube das ist doch noch durch. Die Zimmer ist glaube ich. Okay. 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 Jetzt verdödel mit der letzte Masse noch. Wunderbar. So. Pfeile wieder. Okay. Das sieht doch richtig gut aus. Das war voll. Zack, zack. Okay, so. Jawollo. Dann sind es nur noch die... Platin. Und die Bahn. Da haben wir genug, da haben wir auch genug. Hier wird fleißig nachproduziert. Gott, das ist ja gar nicht viel. Zack, zack. Leiern wir den Scheiß erstmal durch. Okili dokili. Heio heio. Ein bisschen was hat es gebracht. Gut. Nächste Farmrunde noch ein bisschen Holzhorn holen. Und dann geht das los. Summer. September. Ja. Auch noch die eine Folge. Und dann... ziehen wir wieder um nach Hause. Bis dahin. Macht's gut. Und dann geht das halt. Und dann geht das. Untertitelung des ZDF, 2020